Gibt es ab dem Jahr 2024 keine Rentenerhöhungen mehr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich hatte, wie Sie wissen, am 11. August 2023 ein Video aufgenommen und es dann am 12. August 2023 veröffentlicht zum Thema Abschaffung der Rente mit 63. Der Expertenrat, Ökonomen von Habeck aus Habecks Wirtschaftsministerium fordern die Rente mit 63. Und die Jungs und die Mädels, die das dort fordern, diese Professoren und die ganz, ganz Großkopferten und Schlauen, setzen oben sogar noch eins drauf, meine Damen und Herren. Und ich zeige Ihnen das mal, was die Herrschaften hier fordern. Ja, und ich mache es mal noch eine Idee kleiner. Vielleicht kann man das dann noch besser sehen. Denn die Wirtschaftswissenschaftler fordern ja nicht nur die Abschaffung der Rente mit 63. Nein, die Damen und Herren gehen sogar noch weiter. Rentenerhöhungen für alle sollten auch der Vergangenheit angehören, meine Damen und Herren. Das heißt also, wenn es nach den Herrschaften geht, sollen sie sozusagen ab nächstes Jahr die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner keine Rentenerhöhungen mehr bekommen. Jetzt frage ich Sie, ist das noch eigentlich normal? Sind das alles noch Forderungen, die wirklich normal sind, um das gesetzliche Rentensystem zu retten? Oder was steckt da eigentlich dahinter? Will man die Politikerinnen und Politiker hier im Bundestag einfach nur mürbe machen, dass sie irgendwann mal zu allen Vorschlägen, die da kommen, von irgendwelchen neoliberalen Kräften in Deutschland dann Ja und Amen sagen? Meine Damen und Herren, ich finde dieser Vorschlag, der vom Professor Dr. Eckerhard Janneba unterzeichnet worden ist, schlicht und ergreifend ein Skandal und eine Frechheit. Das Thema Rente geht Herrn Habeck überhaupt nichts an. Das Thema Rente ist ein Thema, für das ausschließlich nur das Bundeswirtschaft-, das Bundesarbeitsministerium, das Bundesarbeits- und Sozialministerium von Herrn Hubertus Heil zuständig ist. Es geht also diesen Herrn oder diesen Leuten dort gar nichts an. Und der Professor Dr. Eckerhard Janneba ist wahrscheinlich ein verbeamteter Professor, der in seinem Leben wahrscheinlich keine gesetzliche Rente bekommt, sondern wahrscheinlich eine Pension. Und dieser Herr Dr. Janneba hat, so vermute ich ganz stark, für die Zeit seiner Tätigkeit als Professor nicht einen Pfennig in die Rentenkasse eingezahlt oder geschweige denn etwas für seine eigene Pensionsvorsorge eingezahlt. Denn dafür sind ja wir als Steuerzahler zuständig. Also meine Damen und Herren, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Herr Professor Dr. Eckerhard Janneba, hören Sie bitte mit diesem Unfug auf. Es ist schlicht und ergreifend Unsinn, den Leuten so viel Angst und Bange zu machen. Denn ich antworte hier, oder mein Video hat den Ursprung aufgrund einer Anfrage eines besorgten Menschen, der diesen Beitrag nämlich hier aus dem Merkur gelesen hat und der mich gefragt hat in einer Mail. Herr Knöppel, stimmt das? Gibt es ab nächstes Jahr 2024 keine Rentenerhöhung mehr? Ich sage völliger Blödsinn. Es gibt ab nächstes Jahr 2024 turnusgemäß. Je nachdem, wie die Zahlen der Lohnerhöhung im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 ausgefallen sind, wird es aller Voraussicht nach eine Rentenerhöhung geben. Wie hoch sie ausfallen wird, das wissen wir nicht. Hoffen wir das Beste, dass sie hoch ausfällt. Und hören Sie bitte auf, so etwas für ernst zu nehmen. Denn das kann nicht ernst sein, das kann nicht ernst gemeint sein, dass man den Leuten hier in Deutschland, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern, auch noch die Rentenerhöhung wegnehmen will. Wir wissen alle, dass die Durchschnittsrenten in Deutschland sowieso schon niedrig sind. Von was sollen die Leute denn in Zukunft überhaupt noch leben? Meine Damen und Herren, ich bin auch stinksauer über diesen Vorschlag. Herr Dr. Janneba, Sie sollten sich einfach nur schämen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel